Auf meinem Koffer hinter mir erkenne ich aus dem Augenwinkel zwei Kinder, die Stift und Papier aussuchen. Okay, die haben mich erkannt. Das heißt, Autogramme schreiben mache ich ja gern. Als sie auf mir zukommen, beuge ich mich schon runter, um dann auch direkt zur Tat zu schreiten. Zu meiner großen Überraschung gehen sie aber einfach an mir vorbei und sprechen den Herrn vor mir an. Ich denke nur, wer steht denn da vor mir? Günther Jauch. Günther Jauch. Da kann man nichts machen. Wolfgang Amadeus Mozart ist nicht ganz so viel um die Welt gereist, trotzdem hatte er aber einen so wunderbaren musikalischen Instinkt, dass er verschiedenste Musikkulturen, ohne jemals dort gewesen zu sein, in seine Komposition genial einbrachte. Ein wunderbares Beispiel hierfür ist der türkische Marsch aus der Klaviersonate in Aduan, den ihr sicher alle kennt. Und bitte auch, dass er mindsistisch ist. Sie sind jetztēst K 없고en arat Musik 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 Musik